Hi Leute! Wenn ihr das seht, dann ist, ja, Frauenfestival vorbei. Ich war da sehr spontan und es ist nicht wirklich viel mehr rumgekommen, was mir ganz hart so leid tut an euch alle. Und ihr habt auch immer noch kein MNC-Video, ich weiß, aber ich war auch nicht. Und ja, ich habe dafür liebe Menschen kennengelernt und manchmal ist das mehr wert als Fotos machen oder Videos machen. Und in dem Fall war es mir mehr wert und deswegen kommt dieser ganz kleine, süße Schrott-Vlog. Wenn ihr dranbleibt, könnt ihr ihn euch ansehen. Ich habe wenig gefilmt, vieles war unscharf. Daran ist Watson schuld, aber das sage ich vielleicht auch mal ein anderes Mal. Und bleibt dran, dann könnt ihr den Rest noch anschauen. Bis zum nächsten Mal. So, ich bin jetzt auf dem Weg in der Aufwand festgelegt und stecke jetzt in den U-Bahn und so. Ich bin schlecht, ich bin K.O. und ich habe nasse Haare, weil es warm ist und ich schlitzel und ich habe meinen Fotoraufsack und das sind keine guten Kosteherder, das ist informierend. Aber es ist voll. Wenn das gut ist, ist das gut, wenn nicht, dann nicht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und ich habe immer noch nicht viele Cosplay Fotos gemacht und Samstag wollten alle geshootet werden, aber heute will keiner. Das ist Taco. Das ist Taco. Sofie, ich würde das einmal... Sofie, du magst Säfte, oder? Das klang jetzt irgendwie falsch, Patrick. Das klang jetzt irgendwie falsch. Ich habe volle Kanne draufgelegt. Das ist irgendwie... Sofie, du magst. Und jetzt... Sofie, du magst. 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 Also, ich wurde gerade zu 50 Shades auf den Schlumpf getauft, ja, und wir haben kurz gleich mehr, also passiert nichts mehr Leute. Aber nochmal kurz zu dem Schlumpf, ja. Wer sagt, dass das nicht wirklich ihr Fetisch ist? 50 Shades auf den Schlumpf, der Meister hat gesprochen. Habe ich unrecht? Habe ich unrecht? Wer weiß, wer weiß. Wer weiß, wer weiß.